Herzlich willkommen im Eurospar Lenzburg. Wir sind immer für euch da, jeden Tag. Wir haben frische, feine Menüs, die wir für euch zubereiten. Wir machen gerne ein frisches Sandwich von euch auf Wunsch, wenn ihr das wollt. Wir machen jeden Tag 50-60 Sandwiches frisch. Wir haben verschiedene Fresh-to-Go-Sachen, Gemüse, Salat, Salat-Sausen. Alles frisch, jeden Tag. Was wir auch bei uns haben, in unserem Eurospar in Lenzburg. Ein Bedienstbuffet mit frischen Sachen, hausgemachten Spezialitäten. Wenn ihr einen Wunsch habt, beraten wir euch gerne. Wir bereiten auch sehr gerne für euch an Weihnachten ein Fond du Ginoise zubereiten, das wir auf Platten anrichten. Wenn ihr ein Bankett habt, wenn ihr spezielle Anlässe habt, dann machen wir auch gerne ein kaltes Plättchen, ein Käseplättchen. Alles, was ihr wünscht, umsetzen wir gerne. Wo wir besonders stolz darauf sind, ist unsere neue Früchte- und Gemüseabteilung mit saisonalen Produkten, mit regionalen Produkten. Wir haben jeden Morgen frische Anlieferung für euch, dass ihr gute Superqualität habt im Früchte- und Gemüse. Wir sind auch sehr stolz auf unsere regionalen Produkte, die wir haben von Wolle, vom Zunhalderhof, mit frischen Erdbeeren, mit frischen Sparkeln, mit feinen Herdöpfen. Alles frisch, alles aus der Region für euch in unserem Eurospar Lenzburg.